Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, heute wollen wir mal den Hohepriester probieren. Den Boss, den wir jetzt neu freigestellt haben. War ja schon einmal drin und der ist ziemlich hart. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie ich den jetzt angehe. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir den jetzt. So, und dann rein in den Bossraum. Ich habe jetzt mal eine grüne Büte mitgenommen, dass ich die ausdauerstelle. Er holt. So. Oh, der macht gut Schaden. Ah, wieder falsch genommen zum verhalten Zeitpunkt. Okay. Ja, ist sehr gut. Okay. Okay. Ah, scheiße. Na ja, erstmal schauen, dass ich den Geist irgendwie erledige. Ah, der hat wehgetan. Ah, ist ein Tat. Okay, ersten Ding hab ich down. Ah. Ah. Der zwei ist es noch. Eine. Er hat nicht mehr viel. Komm, jetzt stirb. Nicht zu viel wollen. Schön langsam. Und down ist er. Sehr gut, Jungs. Oh, gut, dann werd ich mal den Ton ein bisschen runterdrehen. So, jetzt. Seele von hohe Priester Sullivan. Oh, der war echt krass. Ho, ho, ho. Aber Gott sei Dank geschafft. So, meine Seelen. Ich glaub, da hab ich eh nix gehabt, oder? Na, hab ich keiner gehabt. So, da machen wir mal Dutzgerät an. Dutz. Sehr gut. So, gut, Leute, dann war's da schon wieder mit dem Part. Ist ein ganz kurzer Bus gewesen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur den Bosskampf zeigen. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Wenn's euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.